a so oder wir werden jetzt blieb genauer und jetzt sind wir hier rein was tun ohne Ende Wohoho. Wofür brauche ich jetzt aber noch Goldmünzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Vier erhöht das nur. Machen wir das mal bei Erik. Und jetzt die Schriftrollen. Wow. Gewitter. Dynäres. Ich will den Ring auch Dynäres. Rüstung brechen. Auch Dynäres. Das heißt, er hat die gesamte Gruppe und lässt sie gesunden. Das ist ein echtes Wort gesunden? Okay. Damus! Der Gründer hat also Recht. Diesmal wirst du uns nicht davonlaufen. Ich habe auch nicht vor, wegzulaufen. Es wird Zeit, euch stören, Friede einen für alle Mal aus dem Weg zu holen. Endlich! Darauf habe ich schon ganz schnell gewartet. Immer noch Rache-Gedanken? Im Grunde solltest du mir sogar dankbar sein. Ich habe dich von diesem jämmerlichen Typen erlöst. Du verdammter Bastard! Diesmal werde ich nicht gegen dich verlieren. Das sind aber große Worte für seinen kleinen Ritter. Ich hoffe, du hältst diesmal länger durch als bei unserer ersten Begegnung. Technik, Energieschwert. Ähm, Rüstung brechen. Und, was haben wir hier? He, ich glaube nicht, dass Nova viel bringt, aber wir mal gucken. Und Inferno? Wird bestimmt viel machen. Das war klar. Bäm! 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 Erick! Erick! G-Schwert... ...Denerys... Bäm! Bäm! Pff... Meteor! Bäm! Bäm! Es kann nur angreifen! Aber Lena ist auch eigentlich nicht zum Heilen eher da. Schlägt zu, oder? Pariert? What the hell? Demi sieht aber komisch aus. Wie hält der der Schwert so ein bisschen komisch? Finde ich. So ein bisschen, so ein bisschen, naja. So, Angriff, Meteor, Angriff, Inferno. Heidrank? What the hell? Heidrank? kann das gleiche wie Erik Massenheilen 2 Zack, zack, zack Leben zu einem Gegner Na, ganz große Klasse Ach, Lena hätte heilen können Damit Magie Äh, Gesundheit Ach, komm, du und deine Klingel-Verreaktion Kannst du nichts besseres Hey, Laris hat immer 15 Jahre Schein hat er irgendwie noch immer unter AP Ja Na, na, na Ach, komm Ich war der und seine Klingel-Verreaktion Gehen wir so langsam auf den Wecker Ach, komm Ach, komm Ach, komm Find Und dann heilt er sich auch noch zwischendurch, und das ist das Nervigste von allen. Weil jetzt Larissa auch keinen TP mehr. Wo? Äh, HP, äh, keine Ahnung, Magie-Punkte, so. Mana, wie auch immer. Eher sein stärker, als ich dachte. Verdammt. Nochmal lass ich dich nicht entkommen. Und er fällt genau aufs Schwert. Das war so klar. Das war's dann wohl, Damus. Tara und Tod ist echt gerecht. Besser fühle ich mich dadurch auch nicht. Wie Tara, wenn... Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Wir haben noch was zu erledigen. Deswegen gehen wir hier mal kurz speichern. Und fliegen mal kurz wohin. Hm, wenn ich wüsste, wo der Ort war. Ah, da. Ist ja nicht weit weg. Zack. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Zeug ein. Na, na, na. Aber erst mal... Aber erst mal... ...das hier. Übernachten, ja... Ich find's aber unsillig, dass man den späteren Städten noch speichern kann. Wo man auf der Weltkarte speichern kann. So ein Gasthof oder so... ...so in so einer Welt... ...so in den Wald oder so hätte ich es gebracht. Aber nicht in einer Stadt, wo man jederzeit rausgehen kann. Zum Speichern. Na, nehmen wir davon nochmal... ...sechs. Zack. Hier, ich will eh am meisten brauchen. Bestimmt später. Na, na, na. Und wieder hinfliegen. So. Zack. Und nach oben. Was ist denn das für eine Plattform? Ich denke, na, mit Erreichen wird Dynäres Göttin. Aber es sieht so aus, als ob die Plattform unter die Erde fahren will. Das ist auch richtig. Die Göttin lebt unter der Erde. Dann wollen wir mal los. Fahrstuhl. Das ist jetzt nicht Fahrstuhlmusik. Speicherpunkt, das sieht nicht gut aus. Ah, heilen. Ach, komm. Jetzt gebe ich extra fünf Goldmünzen aus. Nur die Öffnungsstände können die Wächterköpfe... ...besenftigen. Und wie kommen... Wo kommen die hin? Zack. Ich will da eine Schriftrolle mit einem Rolten-Denken. Schwierigkeiten lernen. Die Technik Todesklarer. Schwarz-Dornen-Sperr. Ach. Vitara benutze ich eh nicht. Und was steht da? Ordne hier Elemente Feuer, Wasser, Luft, Vulkan, Eisschlamm und Rauch richtig an. Magische Spuren erhalten. Arcane Schriftrolle gefunden. Das war nochmal Arcane Schriftrolle. Gib die Tipperler mit Leder zurück. Aha. Und Angriff. Pflanzenkrieger, Pflanzen Schamanen und Klingwörfel. Heh. Ich glaube, die Nere ist jetzt so ziemlich... ...nützlos. Und Dings auch. Aber... Das gibt... Das brennt schön ab. Alles. Warm. Nein. Nein, nicht ausgeweichen. Na, schade. Los, Larissa, du schaffst das? Nicht. Ähm. Äh. Feuer. Wasser. Erde. Hä? Was für mir denn magische Spuren? Aber irgendwie ist es auch Fail. Ein bisschen. Feuer. Ach, was ist das? Feuer. Schlamm und Rauch. Was ist denn das? Was ist denn das? Sieht ja eh... ... ruhig aus. Weil ich glaube nicht, dass es hier Gewitter oder sowas bringt. Genau wie Nova. Hundertprozentig nicht. Oh doch, Gewitter bringt was. Was ist das? Aber Nova nicht. Ja. Besiegt. Gut. Feuer... Feuer, Wasser, Erde. Was ist das da? Was ist das da? Das sieht so komisch aus. Feuer, Wasser, Vulkan. Vulkan? Also ich würde das hier als Erde da ansehen. 100 pro. Das ist auf jeden Fall Luft. Vulkan, Eis. Äh, obwohl. Das ist ein Vulkan. Und das soll Feuer sein. Äh. Was? Feuer, Wasser. Erde. Vulkan. Ah ne, Luft. Vulkan. Das ist Rauch. Eis. Und Schlamm. Oder auch nicht. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Feuer, Wasser, Erde, Luft. Vulkan, Eis. Schlamm und Rauch. Hm. Wie denn dann? Kann man irgendwie wieder nach oben gelangen? Ha, gut. Weil dann gehe ich erstmal zum Speicherpunkt. Speicher da. Und auch heilen. Heilen. Speichern. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Kenia Jones. Belehnt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wie40 tat. We'll beeler von Strahl. dar, weiterh economically. Untertitelung des ZDF, 2020